hallo ich bin der nico vom kanal der poster fuchs und heute gibt es nur mal ein ganz kurzes video ihr merkt an meiner stimme ich bin nicht so auf dem dampfer stimmlich etwas außer gefecht gesetzt aber weil das letzte video der brut für mich persönlich relativ hohe wellen geschlagen hat will ich bloß jetzt eine kurze ankündigung machen dass hier sofern meine stimme es wieder zulässt eine brutbesprechung der letzten hühnerbrut machen weil ihr so viel mir geschrieben habt was mich auch wirklich wie soll ich sagen das tangiert mich schon also wirklich gute kritiken also ich fühle mich nicht persönlich angegriffen also aber ich denke wir haben einiges zu besprechen und da ich nicht alles in den kommentaren einzeln beantworten müssen wir demnächst mal eine kurze besprechung machen also sofern ich stimmlich wieder da bin sehen wir uns ihr könnt natürlich gerne unter dieses kurze video auch gleich noch fragen und meinungen dazu äußern und dann werde ich die auch mit einbeziehen bis bald wir sehen uns ciao